Willkommen bei der BGZ. Wir möchten Sie einladen zu einer virtuellen Reise zum Logistikzentrum Konrad. Hier im Weserbergland zwischen Würgassen und Bewerungen sollen künftig Behälter mit schwach- und mittelradioaktivem Abfall auf ihre letzte Reise ins Endlager Konrad vorbereitet werden. Dazu wird die BGZ ein Logistikzentrum errichten. In dieses werden per Bahn und Lkw die bereits fertig für die Endlagerung verpackten radioaktiven Abfälle angeliefert. Diese stammen aus dezentralen Zwischenlagern an den ehemaligen Atomkraftwerken sowie aus Industriebetrieben, Forschungseinrichtungen und Landessammelstellen. Der Abtransport der Behälter zum Endlager in Salzgitter erfolgt mit dem Zug. Diese Züge erreichen und verlassen das Logistikzentrum am ehemaligen Atomkraftwerk Würgassen über die Gleispforte. Erste Station ist der Übergabebereich. Hier werden die ankommenden Züge an die BGZ und die abfahrenden Züge an den Transporteur übergeben. Hinter dem Übergabebereich erstreckt sich der eigentliche Hallenkomplex des Logistikzentrums. An seiner Front befindet sich eine Unterstellhalle, um Fahrzeuge und Transportequipment vor Witterungseinflüssen geschützt parken zu können. Im Lagergebäude werden die Behälter vorsortiert und in Lagergassen bereitgestellt. Dieser Prozess ist wesentlich für die zügige und reibungslose Belieferung des Endlagers. Das Abfertigungsgebäude enthält die getrennten An- und Ablieferungsbereiche. Hier werden die Abfallbehälter von den Zügen ab- bzw. aufgeladen und just in time ins Endlager transportiert. Aus dem Betriebsgebäude werden die gesamten Arbeiten im Logistikzentrum koordiniert und die Ein- und Auslagerungsarbeiten gesteuert. Die BGZ legt Wert darauf, dass der Betrieb des Logistikzentrums klimaneutral erfolgt. Die Versorgung mit elektrischem Strom soll daher weitgehend über eine Photovoltaikanlage erfolgen. Natürlich geht auch bei uns mal etwas kaputt. Reparaturen können daher gleich im eigenen Werkstattgebäude erledigt werden. Wir haben jetzt das Logistikzentrum einmal umrundet. Rechts im Bild das alte AKW Würgersen und das BGZ-Zwischenlager. An der Hauptpforte befindet sich der Eingang ins Logistikzentrum und die LKW-Schleuse. Das Bürogebäude befindet sich außerhalb des Anlagensicherungszaunes. Das hat den Vorteil, dass Mitarbeitende und Gäste ohne aufwendige Kontrollen passieren können. Mit einem Blick auf den Komplex des Logistikzentrums, das ehemalige Atomkraftwerk und den sechseckigen Infoturm geht unsere virtuelle Reise zu Ende. Vielen Dank und auf bald bei uns im Weserbergland.